Hallihallo und willkommen zurück auf Karbalos. So, beim letzten Mal wurden wir ja dann wieder mal etwas enttäuscht von den Bauteilen her. Wir brauchen unbedingt Dreiecksbauteile, um hier auch eine abschließende Wand zu machen. Also ohne die Dinger wird das nicht funktionieren. Leider hat die Medieval Home keinerlei solcher Bauteile, sondern nur welche, die mit einem Dach verbunden sind. Wenn ich das mache, ist das andere Dach natürlich hinüber. Ja, dann haben wir jetzt nur noch eine Möglichkeit. Ich kann ja mal die Villager aufstellen. Hier die Villager, den Villager Crafting Table. Wo stelle ich den denn jetzt mal? Achso, wir haben auch noch hier den von der Remastered Geschichte. Das hier ist der Original Villager, also der von der klassischen CKF Mod. Wir können ja hier erstmal reingucken. Aber die Strukturen sind natürlich, die sehen halt so aus, ne? Ich könnte natürlich auch mit Scaffold arbeiten, aber das bringt mir jetzt auch nicht wirklich viel. Zumindest haben wir hier die Gable Ants und das ist halt wichtig. Und ich möchte aber hier... Hier ist noch nichts gelernt. Moment. Villager. So, das ist von der Remastered. Und hier sind die anderen Dinger. Ja, so. Wir brauchen jetzt tatsächlich, ähm, das werden wir noch brauchen. Jetzt habe ich natürlich die ganzen anderen Sachen gebaut und die sind hinüber. Ähm, wir werden das hier brauchen. Das hier weiß ich noch nicht. Hm. Oh Mann, ey, das ist schade. Weil dann hätte ich auch gleich alles mit der CKF Mod bauen können. Theoretisch das ganze Haus. Aber ich will halt unbedingt diese Strukturen von der Medieval haben. Weil wir ja auch das andere, also das hier, wo wir jetzt gerade sind, Gebäude mit der Medieval gebaut haben. Und ich will halt dieses Dorf oder diese Ranch hauptsächlich da mit haben. Nun ja. Es ist so, wie es ist. Den lerne ich auch nochmal. Ich baue jetzt einfach mal so ein Dreiecksteil und wir gucken mal, ob das überhaupt von der Größe passt. Weil ich befürchte, dass das gar nicht geht. Um ehrlich zu sein. Das ist das, was ich gerade befürchte, weil die Wände eine andere Höhe haben. Und dann könnte es sein, dass es oben durchs Dach drückt. Durchdrückt. Sieht aber erst mal okay aus. Sitzt voll daneben. Oh nein. Das sitzt halt nicht richtig so drauf, wie es sein sollte, ne? Es guckt nach vorne. Das stört mich. Das ist echt ein Problem. Das sieht richtig kacke aus. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir das völlig anders machen und uns einfach eiskalt aus der klassischen CKF-Mod die Kieb-Dreiecke holen und die in Obsidian-Farben machen. Also schwarz. Einfach schwarz. Da lassen wir unten nämlich diese Wände. Und machen die Endgeschichte in schwarz. Ich muss das kurz prüfen. Wo haben wir denn die Werkbank irgendwo? Die hatte ich auf jeden Fall gebaut. Die Masonry. Von der klassischen CKF. Ja, hier ist sie. Wo ist sie jetzt? Ganz unten wahrscheinlich. Nein, natürlich nicht. Warum sollte sie ganz unten sein? Das ist ja alles nach... Oh Gott. Äh, hier. Gut. Das da. Die stelle ich mal oben daneben. Wir müssen Wasser holen. Und hier holen wir uns jetzt die Dreiecks. Ist das hier Gable End? Das sind ja, ne? Die Dinger. Wir werden auch brauchen... Diese haben wir ja noch. Und höchstwahrscheinlich. Weiß ich aber noch nicht. Nee, eigentlich brauchen wir die nicht, glaube ich. Wir brauchen keine Dreiecke. Wir brauchen nur das hier und das hier. Wir brauchen aber nicht diese Gable End-Dinger. Also nicht das hier. Ich lerne es trotzdem. Ist egal, komm. So, dann bauen wir jetzt davon mal eine. Das ist meine letzte Idee, die ich habe. Aber auch die sitzen ja nicht richtig aufeinander. Und das ist halt... Das ist richtig, richtig kacke. Warum hat denn die Medieval bitte fehlende Bauteile? Warum fehlen denn da wichtige, grundsätzliche Bauteile? Liebe Mod-Kreatoren, Creators, WTF? Warum ist das so? Das würde ich gerne wissen. Habe das Gefühl, ihr wollt uns nur ärgern. So. Oder ich habe das Gefühl, ihr möchtet, dass wir die Mod einfach nicht verwenden. So war jetzt die Idee. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Oben kommt eine Wand. Hier kommt noch eine schwarze Geschichte. Oben kommt die Wand hin. So eine Wand. Und an der Seite haben wir denn nur diese dreieckschwarzen Dinger. Diese dreckschwarzen Dinger. Und dann ist gut, oder? Was meint ihr? Also was anderes fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein. Es ist noch mal ein bisschen, grenzt sich noch mal ein bisschen ab. Passt aber vom Muster besser als die anderen Teile alle. Und passt auch so ein bisschen zum Dach. Aber auch nur, weil das Bricks sind. So. Ja, warte, dann machen wir hier nochmal eine Dings-Tür. Hier. Dann mache ich hier noch eine Wand. Hier kommt ein Dreieck rein. Hier kommt eine Wand rein. Ist das korrekt? Hier kommt ein Dreieck rein. Da kommt ein Dreieck rein. Hier ist so ein kleiner Flur. Und das ist die Küchenvergrößerung. Right? Also wir brauchen im Prinzip nur zwei noch von den Dreiecken, wenn ich das richtig sehe. Ja. Zwei von den Dreiecken. Wir brauchen noch zwei Türen. Okay. Jo. Weiß ich nicht. Wie findet ihr das? Ich bin jetzt gerade unsicher. Aber mir fällt nichts anderes ein. Ehrlich gesagt. So, was habe ich jetzt gesagt? Zwei Türen. Ich will das jetzt einmal fertig haben. Dann müssen wir unbedingt gucken, dass wir uns ein paar Agis holen. Richtig high-end, high-level, besten Agis auf dieser Map werden wir uns organisieren. Besten. Richtig schön mit Immersive Taming. Kriegen das schönste Filet, was es gibt auf dieser Map. Und dann holen wir uns die. Und dann werden wir die sowas von verpaaren und züchten, dass wir definitiv safe sind, wenn wir in diese Eisgeschichte nochmal flattern. Ähm, ich brauche noch zwei von den Gable-End-Teilen. So. Okay. Manchmal hänge ich irgendwo fest und komme nicht von der Stille. So. Something is wrong mit diesem Dach da oben. Weil die Wand durchdrückt, ne? Die Wand drückt durch. Ja, ist so. Deswegen sieht das aus, als ob das Dach ein bisschen absteht. Oh nein. Ach komm. Wir ignorieren das einfach. So. Hier. Obsidian. Obsidian. Und hier. Obsidian. Na ja, schön ist was anderes. Hier sieht es relativ symmetrisch aus. Das passt. Von hier haben wir auch eine Symmetrie. Nee, das ist okay. Und hier haben wir auch irgendwie eine Symmetrie. Doch, das passt schon. Ich denke, damit können wir leben. Ähm. Ich gucke aber gleich. Äh. Ich gucke aber gleich nochmal, welche Varianten wir noch hätten. Lass mal schauen. Also, Wooden sieht so aus. Das sieht kacke. Das passt jetzt hier gar nicht. Das passt hier nicht rein. Dark Matter ist natürlich völlig bescheuert. Red. Red Granit. Weiß ich nicht. Sollen wir lieber das nehmen? Aber von dem Rotton passt es halt auch gar nicht zum Dach, ne? Ähm. Dann haben wir noch Hellfire. Hellfire. Ah. Hm. Sandstone. Nein. Mossy. Auf gar keinen Fall. Dann haben wir nur noch das hässliche Greystone. Also, ich denke, Obsidian ist die beste Wahl. Können wir bitte dieses Auto close only machen? Oder aber wir machen komplett manuell. Ich glaube, wir machen komplett manuell, weil das nervt mich so ein bisschen. Lass einfach die Türen auf. So, wunderschön. Ja, was ist das schön bei uns? Nicht wahr? Herrlich. So, wir haben jetzt hier noch zwei Aufgaben. Kurz, bevor wir losziehen und uns wunderschöne Argentavis holen. Ähm. Ich will nur kurz diese Schränke einmal aufstellen. Wieso habe ich jetzt noch so ein Gable-Endding? Warum? So, jetzt nicht mehr. Ähm, ja, die beiden Schränke. Ähm. Das sortieren wir später. Weißt du was? Ich packe das erst mal hier hin. Packe da jetzt. Moment. Nein. Mach das weg. Mache alles, was in die Schränke gehört, da rein. Auch die Schränke. So, ich möchte nämlich, ich nehme mal die Pelzjacke nämlich noch mit. Atemgerät. Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Das behalte ich hier. Ähm, Santiago Speer. Das kann weg. Oh Gott. Das behalte ich. Das behalte ich. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das kann weg. Das kann weg. Weg. Sichel brauche ich. Mach es einfach andersrum. Mach es einfach so. Ich glaube, es ist einfacher. So, das was noch woanders hin muss, nehme ich hier raus. Pelzrüstung nehmen wir noch mit. Ähm, das haben wir alles. Fleisch brauchen wir noch. GPS nehme ich noch mit. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht, weil wir haben ja dieses andere Gerät. Ähm, und die Ressourcen würde ich ganz gerne noch woanders unterbringen. Awesome, Lino Tracker. Brauchen wir noch irgendwas? Ich, hier meine Notiz. das brauchen wir doch alles nicht jetzt. Hier, Spitzhacke vielleicht noch. Wasserflasche auffüllen, das kommt weg. Okay, müsste eigentlich passen. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Zeug. Ein bisschen Raw-Mutton-Bait. Wir haben noch Raw-Mutton, nur noch zwei. Wir brauchen, ah ja, die Pfeile brauchen wir natürlich. Und unsere Armbrust, ganz klar. Es wird langsam eng hier mit dem Fleisch. Dann müssen wir mal ein paar Schafe irgendwie organisieren und töten. Aber die können wir, die Ovis können wir ja natürlich auch finden. Gar kein Problem. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Pfeili. Wo sind die jetzt? Hier, 82, die nehme ich mit. Dann können wir uns nämlich noch ein bisschen Bait basteln. Halt. Halt. Ich hoffe, das klappt alles ganz gut. Dann nehme ich die Dino-Dinge auch noch mit und dann können wir uns nach Hause porten und holen die einfach hinterher oder so. Oder wir in Summe, ich habe keine Ahnung wie. Ich nehme die einfach mal mit. Ja, dann haben wir 50 auf der Hand. 16 auf dem Pfeil. Ich mache mir noch ein bisschen Wasser klar. Wasser. Zack. Und dann brauchen wir den Agent. Hier, das kann weg. Die Wand brauche ich jetzt nicht. Naja, an die Steine packen wir auch. Warte mal, das kann auch mit. So. Okay, das bringe ich noch fix weg und dann gucken wir mal, ob wir ein paar coole Agis finden. Das wäre nämlich richtig, richtig cool. Ja. Halt. Hier war das. Stein. und noch ein bisschen Stroh. So. So. Okay. Pelzdings haben wir, weil Agitavis meistens ja auch in kalten Gebieten sind. Insofern sollte das ganz gut passen. Kannst du mal bitte aufhören, so matschig auszusehen? Das ist nicht okay. Ich setze mich hier kurz hin. Der Agent ist ja jetzt nicht der stärkste Agent, aber er ist auch nicht ohne. Insofern, eigentlich wollte ich ja immer einen Agent nennen, wenn er der stärkste ist. Und das ist ja eigentlich Corey und weil wir ja keinen anderen Agentavis haben, heißt sie Corey jetzt, aka Agent Arvis. Allerdings, wenn wir noch einen stärkeren Agentavis bekommen, werde ich den Agent Arvis nennen. Und Corey ist Corey. Okay. Nur schon mal zur Info. So, du kriegst hier ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Ich habe das auch aktiviert, dass wir hier wieder auf Bewegungsgeschwindigkeit gehen können. Das ist ganz cool. Und jetzt schauen wir mal, wo wir richtig coole Agentavis bekommen. Argentavis, genau. So, Argentavis, bitte. So, 145. Ja, weiblich, männlich. In 2000. Hier oben. Okay, dann müssen wir, dann porten wir uns mal rüber Richtung, weiß ich nicht. Wo ist der andere? Da hinten. Oh Gott. Äh, wo ist das? Ich glaube, das ist gefährlich. Aber wir werden es herausfinden. Wir können auch den hier nehmen. Das ist auch eher am Schneegebiet. Nein, ich nehme den. So, das Mädchen holen wir uns als erstes. Okay. Gibt es noch andere Arges? X-Arges? Nein. Das Mädchen holen wir uns als erstes. Das heißt, wir porten uns jetzt mal in die Mitte der Karte. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, welches? Ist das Perlensee? Oder? Baumhaus? Wenn ich das jetzt wüsste. Und ich hoffe, die sehen voll schön aus, bitte. Ich möchte sehr schöne Agentavis haben. Na? Hallo? Es dauert mir echt zu lange, ne? Mit dem Konzerten. Ja, ist voll falsch gewesen. Okay, alles klar. Ähm. Okay, dann porten wir uns lieber zum Perlensee, ne? Ich glaube, Perlensee ist richtig. Hm, mal gucken. Oh nein, mein Kaffee ist kalt. Woher Teufel? Ist ja immer noch so weit weg. Hallo? Hatten wir da nicht irgendein... Ah, ich weiß, ich weiß, wo wir hin müssen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß, wo wir hin müssen. Komm, einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch noch zum Metall. Metall? Mal gucken, ob das da safe ist gerade. Weil es könnte sein, dass dort irgendwo die ganzen Argis sind. Aber das sind halt auch die ganzen Griffen, ne? Greifen wäre natürlich auch nicht schlecht, übrigens. Aber die sind immer so ignorant, was meinen Bait betrifft. Die fressen das nur manchmal. Aber hier beim Metallspot gab es einen wunderschönen Greifen. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Das ist ein Zehner. Und der sieht so schön aus. Okay, mach den kaputt. Der hat nur ein Level 10. Aber wie cool sieht der bitte aus. Hau doch nicht ab. Du hast mich angegriffen. Arschgeige. Aber so einen hätte ich gerne. In der Farbe Level 150, ja. So. 836 Female Agentavis. Ähm. Pirschen wir uns mal ran. Was ist denn da hinten los? Zwei Rechse. Ah, okay. So, jetzt bin ich gespannt, was das für ein Agi ist. Lass mal gucken. 800 Meter. Wahrscheinlich auf der anderen Seite des Berges. Ganz sicher auf der anderen Seite des Berges. Und ich hoffe, dass es eine etwas, also dass es eine Safe Zone ist. Dass wir da ein bisschen entspannt auch unsere Bates abfeuern können. Das wäre ganz cool. So, mal gucken. Hier oben. Und dass da auch nicht zu viele Agis sind. Ist das der da hinten? Boah, wenn das der ist, der sieht total nice aus. Ja, das ist er. Okay, Leute. Wo setze ich mich denn hier mal hin? Weiß es nicht. Wichtig ist, dass du hier mal auf Passiv... Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Nein, entspann dich. Das war nichts Gefährliches. So, du gehst auf Passiv. Ich bleibe hier. Muss mal gucken, ob ich den irgendwie... Na, hast du den gesehen? Ach, du bist da zu weit hinten, ne? Oder? Hast du das Fleisch gesehen? Das ist lecker Matten. Komm, iss. Schatz? Du, du. Ja, du siehst es, ne? Ah, ein ganz ein feiner. Ja, Mann. So, der ist aber noch rot. Dann müssen wir erst mal gucken. Guck mal, der ist voll schön schwarz-orange. Also, richtig, richtig hübsch. Oh, ich glaube, ich muss mal ein Stück weg. Wenn der Aggro wird, ist Mist. Na? Hast du Bock? 22 Prozent. Wenn er jetzt noch einmal frisst... Ja. Jetzt habe ich ihn blau, ne? Okay. Gut. Das ist unser neues Mädchen. Cory ist Cory. Aber Cory ist ja natürlich... Bleib mal bitte. Hallo? Bleibst du bitte? Ich sehe nichts. Och, sag mal. Komm doch bitte wieder her. Ich schmeiße dir das sonst einfach hier auf den Boden. Ah, jetzt kommst du zu mir, oder? Nein, jetzt... Nein. Hier bin ich. Du möchtest doch bestimmt noch ein Stück Fleisch. Aber dann musst du schon zu mir kommen, Schatz. Interessiert dich nicht? Ah, jetzt. Ja, ja, komm her. Oh, ich habe das Matten gar nicht auf meinem... Oh. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Ja, fein. Hübsch bist du. Also, ich denke mal, ich werde das Männchen dann Agent Arvis nennen, ne? Naja, lass sie fliegen. Wir warten, bis sie wiederkommt. Derweil trinke ich noch einen schluck kalten Kaffee. Wenn sie denn wiederkommt. Hallo. Ja, okay, schnell nach Hause. Zack. Sie sind beide orange. Cory sieht ihr schon doch ein bisschen ähnlich, ne? So, ersten haben wir schon. Ersten Agent Arvis. So. Sehr, sehr schön. Du kriegst jetzt erstmal noch einen Sattel. Und erstmal gucken. Ähm, halt. Warte, warte, warte. Komm her. So, setz dich irgendwo hin. Kannst du dich bitte... Danke. So, ich brauche einen Sattel. Haben wir keinen Agent Arvis Sattel? Hä? Ich könnte schwören, ich habe schon einen gebaut. Doch, hier. Was brauchen wir? Wir haben keinen Chitin-Keratin mehr. Was? Dein Ernst gerade? Ja, ist jetzt so. Können wir nicht ändern. Ähm, ihr Lieben, ich werde in der nächsten Folge... Oh Gott, ich hoffe, ich vergesse das nicht. In der nächsten Folge, aber wir sind ja noch in der gleichen Aufnahmesession, werden wir Chitin und Keratin organisieren. Wahrscheinlich von den Schildis hier. Dann werden wir ganz dringend, ähm, noch das Männchen organisieren. Ich hoffe, wir finden das auf der Karte. Bin sehr gespannt. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.